Hey Leute, ich bin's wieder, Dragon Thomas Jones, und heute bin ich im Kino, und schauen wir den Film mal, so los geht's! Und das hier ist das Essen, das hier ist das Trinken, das ist hier das Kino-Ticket Und, naja, das ist hier das Kino, wie ihr jetzt seht Yep Die Kinosaal sozusagen Das ist hier die Kinohalle, oder andersrum Aber hier Popcorn, und hier Cola, wie ihr jetzt hier seht Dann werde ich auch Essen und Trinken, hier nochmal das Essen, mal wieder, und auch das Trinken mal wieder Besser zu sehen, jetzt seht ihr den Film, den ich mir gönne, and so, ja! Da wo wir hingehen, das liegt nur noch oberhalb von Harlem Und ist praktisch an der Spitze von der Insel Okay, das war's mit dem Video, bye, tschüss!